So, liebe Freunde, da sind wir wieder bei unserem Let's Play Europa Universalis 3. Ja, wir waren stehen geblieben bei einem schwerwiegenden Ereignis und zwar ist mal wieder Finnland in den Fokus von Novgorod gekommen. Ich weiß auch warum inzwischen, weil Novgorod hier so eine absolut blöde Mission hat, und wasalisiert Finnland und leider kann ich diese Mission ihnen nicht austreiben und deswegen wird das wahrscheinlich immer, immer wieder passieren. Und leider ist auch Novgorod wieder mit Portugal alliiert und das ist das eigentliche Problem. So, meine große Angst ist jetzt, das ist jetzt der Punkt, dass wenn ich jetzt einsteige, dass da nicht nur Portugal, sondern auch Kastilien in den Krieg einsteigt und dann habe ich wirklich ein Problem. Dennoch, wenn ich ablehne, dann verliere ich richtig viel Prestige und das möchte ich nicht. Insofern werde ich den Ruf zu den Waffen akzeptieren. Gut, wir übernehmen die Führung im Krieg. Und jetzt heißt es natürlich erstmal, ja, Kriegssteuer erheben, das ist sowieso was, was ich immer mache. Und dann den Unterhalt hochschrauben. Und dann müssen wir mal so ein bisschen sortieren, was hier so los ist. Und jetzt, ich denke, diese 10.000 Mann sollten erstmal aus der gefährlichen Region raus. Die vereinigen wir. Ja, dann haben wir hier diese wichtigen 14.000 Mann, unsere königliche Armee. Und die setzen wir erstmal in Bewegung. Und dann haben wir unsere große Kriegsflotte. Die geht in den Kattegat und diese brechen jetzt die Patrouille ab. Ja, und gehen ins Weiße Meer, in der Hoffnung, dass sie mit drei Schiffen aus Novgorod zurechtkommen. Allerdings haben die einen Admiral, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Ja, dann muss ich ihnen noch ein paar Schiffe zur Seite stellen. Dann klinke ich hier nochmal. Ja, ich denke, vier Großschiffe oder fünf müssten eigentlich genügen. Die klinke ich dann nochmal aus, die dann auch dort hinein schippern können. Gut, liebe Leute, dann schauen wir mal hier unten. Da ist ja auch Portugal in der Nähe. Und ich denke, mit denen werden wir uns dann auch mal befassen. Und dann gilt es zu beobachten, so, Holstein ist an unserer Seite, großartig, Mecklenburg auch, Pommern auch. Angst habe ich davor, dass Kastilien losmarschiert. Darauf habe ich nun wirklich überhaupt gar keine Lust. Aber gut. Das wird sich zeigen. Denn sonst, denke ich, zumindest hoffe ich, dass wir mit Novgorod eigentlich kein Problem haben werden. So, trotzdem senden wir den nächsten Kolonisten. Und jetzt gucke ich mal, wo wären wir denn bitte jetzt gerade. Blockiert, habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Wahrscheinlich meinten die das. So, was haben die denn da an Schiffen, die Portugiesen? Vier Transportschiffe. Und ein richtiges. Nö, da können wir doch eigentlich auch mal unsere Karavellen hinausschicken. Oh, das sind jetzt 5000 Mann. Oh, nee, da warten wir erstmal. Da warten wir erstmal, bis unsere Moral oben ist, bevor wir jetzt da einsteigen. Ja, wie immer im Krieg verlangsame ich natürlich die Geschwindigkeit. Neva wird belagert. Okay. Das war zu erwarten. Aber gleich kommt ja unsere königliche Armee. Na, gleich ist gut. Achso, ja, da haben wir hier wieder diesen Spaß. Wir können sie ja natürlich einschiffen. Das vergesse ich immer. Das vergesse ich immer. Das sollten wir auch tun. Dann sind wir nämlich deutlich schneller dort. So, England ist Verteidiger des Glaubens. So, jetzt gibt es eine erste kleine Seeschlacht. Wir haben eigentlich die meisten Schiffe, zwei gegen einen. Und hier ist die Moral auch ganz gut, dass die in Marsch gesetzt werden können. Okay, mal sehen, was da unten so passiert. Im schlimmsten Fall verlieren wir gleich wieder die Kolonie. Das wird sich zeigen. So, das Trüppchen marschiert jetzt nochmal nach Stockholm und dann schiffen wir es ein. So, rauf mit dir aufs Schiff. Und dann geht es nach Wiborg. Dort soll dann ausgeladen werden. Oh, wir können einen Regler verändern, aber das mache ich erstmal... Ja, wenn der Krieg sich so entwickelt, wenn ich weiß, wie es in etwa weitergeht. So, jetzt ziehen wir nach Neva und jetzt kommt es zur ersten großen Schlacht. Die ich doch hoffentlich sicher gewinnen müsste. Was ist da los? Wo habe ich hier... Oh, da kamen doch tatsächlich noch andere Schiffchen zum Einsatz. Na gut, da habe ich eine Seeschlacht da unten verloren. Aber das soll mich jetzt nicht nervös machen. Hier bin ich extrem überlegen. Oh, Wahnsinn. Ich habe sie voll vernichtet. Sehr schön. Gut, und dann werde ich, glaube ich, den Erfolg gleich fortsetzen wollen. Ja, und mit euch marschieren wir den Mal nach Novgorod, um dort die Belagerung vorzunehmen. Gut. So, hier kommt es zum Gefecht, warum auch M.M. hier das nicht angezeigt hat. Und auch hier bin ich heftig überlegen. Na, doch nicht so. Ich dachte... So. Neva wird schon wieder angegriffen von irgendwelchen kleinen Truppen. Ach so, die haben diese Provinz schon erkundet. Deswegen kann ich ihn nicht so einfach nachsetzen. Außer mir ist meine Moral schlecht. Ne, da bleibe ich mal lieber vor Ort. Und dann wollen wir mal schauen. So, wir sind aber hier schon mal angekommen. Ja, ich hätte eigentlich hier direkt einziehen können. Das mache ich jetzt auch. Mit den 14.000 gehe ich auch hier rein. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht den... Sie hauen abkarieren den 18. November. Tatsächlich, sie hauen noch Kohle ab. Hm, sie schaffen es sogar. Naja. So ist das eben. Die Feigen. Die Feigen, die Feigen, die Feigen. Novgorodan. Ja, Kohle wird belagert, das ist klar. Litauen hat uns den Krieg erklärt. Oh, jetzt wird es aber unangenehm. Mit dem Hansebund an ihrer Seite. Hm. Was soll denn dieser Mist? Ne, das ist nicht nett, liebe Leute. Das ist nicht nett. Wir haben viele, 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 viele Schiffe. Wir aber auch. Das heißt, wir segeln mal in Irson. Und ich glaube, es ist leider Gottes nötig, Truppen auszuheben, liebe Leute. Ich denke, sag mal, wie viel können wir uns dann jetzt erlauben? 37, 47, 17.000. Ja, ich denke, ich sollte wohl auch 15.000 ausheben. Neun. 1 2 3 4 5 6 7 Ah, verdammt, mein Geld geht mir gerade ein bisschen aus. Da muss ich dann nochmal hübsch abwarten. Ich hoffe, das... Uh, ich hoffe, das klappt noch, ja. So, Finnland ist auf unserer Seite, Holstein ist auf unserer Seite, Byzanz ist auf Seite Litauens, Anhalt ist auf Seite Österreich. Hm. Gut, mehr Pommen ist auf unserer Seite, ist klar. Ukraine ist irrelevant, Jaroslav ist irrelevant, okay. Tja, ein zweiter blöder Krieg. Hm, 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 hm. Das ist immer schon ein bisschen... Nein, jetzt geht's weiter, ne? Augsburg, Pfalz, Schlesien, Modena, Pisa. Ja, ja. Jetzt kann's doch ein bisschen unangenehm werden. Ich hasse es. Ich hasse es, Leute. Ich hasse es wirklich. Warum macht ihr so ein Kram? Na ja. Okay, dann haben wir noch ein Handelsembargo, ist klar. Tja, was aber nett ist, die Hansebund-Leute kümmern sich jetzt erstmal um die Rebellen, während 1000 Mecklenburger Lübeck belagern und ich hier immerhin auch den Hafen blockiere. Hm, 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 hm. So, ich warte mal. Gut, da habe ich 1000 Mann in Neva vernichtet, ist klar. Und jetzt marschieren wir weiter nach Novgorod, ja. Was, wie, wo, was? Oh, nee, ne? Regentschaftsrat. Mein König, unser alter Monarch, der war doch noch gar nicht alt, hat sich leider zu einem etwas zu zeitigen Tod entschieden. Sein Sohn ist noch nicht in der Lage, seinen Nachfolger... Oh, nein. Also das ist ja wirklich jetzt bitter. Das hat meine Hauptstreitmacht keinen Anführer und ich keinen König mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Außerdem müssen wir wahrscheinlich einen General ausheben. Ach, die Armee hat auch keinen Anführer. Stopp. Das geht natürlich gar nicht. Hier muss Simon Adlerkreuz kommen und, ja, wir brauchen einen General. Wir haben kein Geld. Ja, das ist ja jetzt, läuft ja alles nicht so optimal. Jetzt kommt es erst mal zur Schlacht. Gut, da sind wir aufgrund unserer Technologie wahrscheinlich überlegen, aber so richtig toll ist das auch nicht gewesen. Okay, jetzt haben wir erst mal Kohle, um uns einen General zu rekrutieren. Karl Moth. Der wird Anführer und dann setzen wir den nach. Die wollen nach Lapland. Und dann gehen wir eben auch nach Lapland. So. Außerdem haben wir hier ein bisschen Geld bekommen. Ich muss mal kurz schauen. 4, 5, 6, 7. Dann heben wir jetzt noch. 8, 9. Und. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, Und dann noch 2, 32 Fünder. Tja. Mal gucken, ob das Ganze noch rechtzeitig kommt. So, Holstein wird belagert. Jetzt darf man bloß nicht den Überblick verlieren, Leute. Das ist immer die große Gefahr an diesen etwas komplexen Situationen. Hier ist die Moral wieder gut. Okay. Gut. Und ihr könnt bitte nach Mothgorod. Und diese Hauptstadt dieser wirklich elenden Nationen. Naja, das habe ich befürchtet. Diese Idioten haben Transkai erobert. Aber das werde ich mir bei Gelegenheit zurückholen. Das ist kein Problem. Erstmal ziehe ich die Belagerung durch. Das wollen wir uns zurück. Das wäre doch gelacht. So, sind hier Fremde? Ne, das ist eine Pommersche Armee. Gut. Gut, Mothgorod haben wir gewonnen und belagern jetzt diese hübsche Stadt. Was ist hier los? Ach so, unsere Flotte. Ah. Ja, das ist ja jetzt blöde. Aber Gott sei Dank haben wir ein Abkommen mit den Engländern, sodass wir dort unterkommen können in deren hübschen Hafen. Was wiederum gut ist. So, jetzt sind hier wieder hübsche Armeen entstanden, die wir doch alle mal zusammenführen wollen. Hier auch. Da auch. Ja, Lapland wird belagert, ist klar, aber da kommen wir gleich an. Und dann kommt es hoffentlich zur entscheidenden Schlacht. Ja, wir haben sie vollständig vernichtet. Und ich würde sagen, dann ziehen wir mal. Tja, ziehen wir jetzt nach Mothgorod oder ziehen wir lieber hier hin? Ich glaube, wir ziehen dorthin und dann mit unserer Transportflotte greifen wir doch Halt, wo ist sie? Greifen wir doch in Lübeck ein. Das wäre doch gelacht, wenn wir uns von solchen Flaschen hier fertig machen lassen. Ja, bitte für Zeit, dass ich hier immer so ein bisschen rumruckeln muss, aber ihr kennt das ja, ne? man muss alles unter Kontrolle haben. Ah ja, hier oben sind auch noch die hübschen Armeen entstanden. Die können wir jetzt schon mal zusammenfügen. so, und die Kanonen sind auch fertig. dann haben wir eigentlich die nächste Armee zusammen. Für die würde ich gerne... Oh, scheiße. Oh, entschuldigt, das sagt man nicht. Aber ein General ist gestorben, aber ich glaube, den brauchen wir jetzt gar nicht mehr so dringend. Das kriegen wir auch ohne General hin, aber trotzdem brauchen wir, glaube ich, einen neuen, weil diese Armee soll ja natürlich auch noch einen haben. So, hier sind drei Schiffe des Hansebundes. Was machen die denn da? Können wir die nicht hier mal schnell erledigen? Das wäre doch auch nett. Ja, prima. Völlig vernichtet und da ist dann auch gleich die andere Flotte, die große Flotte. Ja, sehr gut. Wir haben sie gestellt. Das wird hübsch. Das wird richtig hübsch, Leute. Wunderbar. Na gut, so toll nur auch nicht. Wir haben ein Schiff gewonnen. Die Adler von Wismar. Aber okay, immerhin. Ja, und ich denke mal, dann schwimmen wir gleich mal wieder dahin. Und wunderbar die nächste Seeschlacht gewonnen und dann geht es wieder zurück, obwohl wir könnten eigentlich mal für kurze Zeit uns vielleicht reparieren. Wäre auf jeden Fall eine Option. Ich sehe gerade, ich mache Defizite möglicherweise. Ich muss hier mehr in die Staatskasse tun, was für mich kein Problem ist. Ja, 0,07 Inflation ist ja kein Ding. Das können wir uns ja locker leisten. Ja, okay, liebe Leute. Es ist mitten in einem spannenden Krieg. Hier, die wollte ich ja noch einschiffen. Ach, geht nicht. Die sind zu groß. Ha! Na, sowas dämliches. Da werde ich dann gleich mal drei Ritter ausladen. und dann die anderen Einschiffe und die drei Ritter werde ich dann hinterher schicken oder womöglich zu dieser Armee hinzufügen. Ja, Leute, ich war gerade dabei, erst einmal hier eine Pause zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht, es bleibt spannend in diesem Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch, wenn nicht, einen Daumen runter und schreibt warum und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch und mit mir, dem Steinballen. Bis dahin. Ciao.